Let's go, come on, wir brauchen Footies, wir kriegen keine Footies, Argentinien, Innenverteidiger, okay, oder was ist das, ah, Frauen, Madrid, okay, ich wollte schon sagen, Cometi, Cometi, Team of the Season, und es ist noch was dahinter, es ist noch eine weitere Frau dahinter, Midema, Frauenpack hier vom FC Arsenal, Fantasy FC-Karten, naja, gut, naja, gut, naja, gut, und, ah, okay, jetzt aber, ah, okay, wenigstens noch, nun jetzt wenigstens 3,90er-Plus-Karten in diesem Pack, lasst gerne, like, lasst gerne, aber, Leute, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glock aktieren, täglich einschalten, macht ihr eine Million Likes voll, macht ihr eine Million Abonnenten voll und die eine Million Kommentare nicht vergessen, denn je mehr Kommentare, desto besser für den Algorithmus, deswegen lasst mal Support da, alle kommentieren, was war euer bester Spieler dieses Jahr, was habt ihr gezogen, schreibt es mal unten rein in die Kommentare, checkt meinen Kanal aus, viele weitere Packs, sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut und ciao.